Musik Hallo, herzliche Grüße aus dem Vogtland. Wir haben gerade das Projekt Soundsofolio 2 abgeschlossen. Wir haben drei Tage sehr intensiv aufgenommen und sind jetzt mit dem Schnitt soweit fertig. Es war wieder eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Firma Ars Production. Es ist ja schon eine Tradition mit dieser Firma für uns als Orchester, als Vogtland Philharmonie zusammenzuarbeiten. Schon viele wunderbare CD-Projekte verbinden uns. Es war einer der ersten Kontakte, die wir als Orchester aus den neuen Bundesländern in die alten Bundesländer geknüpft haben, denn schon 1991 haben wir das erste CD-Projekt gemeinsam gestartet und haben eigentlich im losen Abstand von ein bis zwei Jahren immer wieder CDs produziert. Wir freuen uns, dass es auch wieder geklappt hat und freuen uns schon auf das Erscheinen der CD und natürlich auch auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Musik 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 Untertitelung. BR 2018